Moin Leute, wir haben hier Robin, er hat Sky-Style gespielt. Wie bist du gegangen? Ich bin 5-0 durchgegangen durchs OTS und ich würde euch einfach mal meine Liste zeigen. 3 Ray, 1 Rose, ich glaube die kann tatsächlich raus, weil wenn ihr die anfangt, die zu Norman, habt ihr sowieso verloren. Und der ODK mit Linkage ist glaube ich auch nicht real. Dann Handraps, 3 Ash, 3 Rayler, 2 Droll, weil er halbwegs gut ist und 3 Nibiru. Also eine Area Zero, eine Multi-Roll, eine Hornetrone, 2 N-Gage, 3 N-Gage, 3 Anker, 2 Afterburner, eine Shark Cannon, ein Eagle Booster, ein Roter, ein Upstart. Die beste Karte im Deck, 3 Thrust, weil die N-Gage sucht und dann Thrust Targets, Talents, Featherduster, Change of Art und Herald. Dann zum Extra Deck, 3 Klagari, 3 Shikoku, 2 Ryate, eine Kaina, 2 Sieg, eine Azalea, Dark, Unicorn, Axis Code. Im Side Deck, 3 Magnamut, 3 Tuiswurm, weil die so ziemlich, weil sie mega viele Match-Ups abdecken. Im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch, weil sie die Main-Monstationen blockieren. Aber es gibt sonst super viele Dinge, die wegzurückkommen, unter anderem Azalea, Area Zero, Multi-Roll. Ja, ihr habt genug Möglichkeiten wegzupielen und ich finde sie zu gut, um sie nicht zu spielen. Dann 3x für ASF Cosmic Cycling und weil ihr immer First gehen sollt, 3 Shared Ride, weil ihr absurd viele Handraps spielt. Und 3 D-Burial, weil sie gut ist. Und das war's. Und das war's.